Nach über einem Jahr auf dem Markt und bereits bei mehr als 200 Kunden im Einsatz, haben wir hart daran gearbeitet, die X22 kontinuierlich zu verbessern und auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen. Daher präsentieren wir euch die spannendsten Neuerungen, die diese Spindel noch leistungsfähiger, effizienter und benutzerfreundlicher machen. Das neue X22-Gehäuse mit den M3-Gewindebohrungen auf der rechten und linken Seite der Spindel vereint ein modernes Design mit einem hohen Maß und Funktionalität. Die Bohrungen ermöglichen euch eine schnelle Anbringung von Zubehör, wie einem Absaugschuh, einer Düse für Minimalmengenschmierung oder ein Actioncam. Komplexe und zeitaufwendige Konstruktionen für die Anbringung von Zubehör gehören somit der Vergangenheit an. Die größeren Bohrungen zur Montage von vorne und das neu zusammengestellte Schraubenkit erleichtert die Montierbarkeit der X22 enorm. Die Schrauben mit fixierter Unterlegscheibe bleiben stets in Position und die Spindel lässt sich ganz einfach einhängen. Noch nie war die Montage einer Spindel so einfach. Um bei der X22 ATC, die für den vollautomatischen Betrieb ausgelegt ist, einen sicheren und reibungslosen Werkzeugwechsel zu garantieren, haben wir die Spindel mit einer neuen Sensorlogik ausgestattet. Die verbauten induktiven Schließersensoren machen eine Einbindung in die Maschinensteuerung noch intuitiver und Schäden am Spannsystem werden zu jeder Zeit vermieden. Es lässt sie zu jeder Zeit detektieren, ob ein Werkzeug gespannt ist oder nicht. Zudem wird die Stellung des Lösekolbens überwacht. Ein zentraler Fokus unserer Entwicklungsarbeit lag auf der Optimierung der luftgekühlten X22. Wir präsentieren das Performance- und das High-Performance-Lüftergitter, die je nach Spindelkonfiguration verbaut werden. Aufgrund einer verbesserten Einströmgeometrie und Anpassung am Lüfterabstand sorgen diese für noch mehr Kühlleistung und ein deutlich leiseres Spindel. Das Performance-Gitter senkt die Lagertemperatur um bis zu 3 Grad, das High-Performance-Gitter um bis zu 6 Grad. Die Lautstärke wird mit dem Performance-Gitter um bis zu 3 Dezibel und mit dem High-Performance um bis zu 4 Dezibel gesenkt. In Verbindung mit den leistungsstarken EBM-PAPS-Lüftern machen wir es möglich, dass luftgekühlte Spindeln auch bis Drehzahlen von 50.000 Umdrehungen pro Minute verwendet werden können und ein konzentriertes Arbeiten ohne störende Lüftergeräusche möglich ist. Auch in einer X22 der ersten Generation lassen sich diese Lüftergitter nachrüsten. Mit der neuen 3kW-Motor-Option heben wir zudem das Leistungsgewicht der X22 auf ein ganz neues Level. Durch einen vergossenen Stator, der die Wärmeabwur verbessert, und einem neu entwickelten Kupferrotor ist das Drehmoment im Vergleich zum 2,2 kW-Motor um 35% höher. Dadurch steht euch bei jeder Bearbeitung ausreichend Drehmomentreserve zur Verfügung und in dieser Leistungsklasse sind euch keine Grenzen gesetzt. Spindeln von Spindelgy stehen für vollständige Konfigurierbarkeit. Egal ob manueller, halbautomatischer oder vollautomatischer Werkzeugwechsel, Flüssigkeit oder luftgekühlt. Wir personalisieren euch eure Spindel auf Wunsch auch mit eurem Logo. Einzigartig in Design und Innovation. Mit der X22 und diesen Upgrades seid ihr als Anwender optimal für anspruchsvollste Fräsarbeiten gerüstet. Seid gespannt, was dieses Jahr noch alles folgt.